hallo und herzlich willkommen zu rudolf blaze bitte machen wir wieder eine weitere folge vom numansky hermadeath modus ich glaube wir waren beim letzten mal stehen geblieben dass mal hier die units gefahren zahlen naja genau genau so wollen noch personal für basiswaffen raumstation mal an mehr personale an vielleicht der name ist hier nicht schön Es könnte ein Waffen-Offizier gehen Den Code wiederholen Nichts gewonnen Vielleicht können wir nochmal mit dem Quassel So schön Ne? Ne Ähm Gehen wir mal auf die andere Seite Schon so das Gefühl Jetzt wird das ja nix Aber ich versuch's mal Waffen-Offizier Müsst eigentlich So ein Kerlchen sind Gehen 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 Unkrabst du entdeckt? Nett Nett Nicht quasselt hier einer mit uns hier So So Höre die Schirmung Bitch Gehen wir mal hin Unter So Quassel mal ein Kerlchen Wurde wiederholen Okay so Gehen 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 Gesandt Da Wurde mich Verholen Oh So, wer gibt's denn dort? Alle empfangen Lebenszeichen lenken. Ok, finde das Notfall. Schau mich da mal hin. Werden wir das mit ihm ja noch quasseln? Da, frage ich mal nach dem Weg. Na ja. Dann werden wir mal gucken, ob wir genug von allem dabei haben. Ja, das Notfallsignal, ok. Ok. Jetzt haben wir einen Trieb für den Impulsantrieb. Wollt noch Uran besorgen. Mal dann grad tun. Oder am Planet hier neu erschienen. Der Uran hat. Der Uran hat. Ein paar Uran. Jetzt. Also Ruine und. Wir müssen ja eh hier hin. Also. Zur Urine. Schauen wir uns die mal an. Das der Planet nicht zu sehr. Giftig. Oder verstrahlt ist. Kann hier ja nie wissen. In der Nähe. Bedingt. Bedingt. Das ist doch schon mal schnell statt hier. Mal angucken. Drahter Windwäschter verhalten. Fahrrinressourcen. Bedingt. Fehlabend. Fahrrassurcen. Okay. Bisschen. Bisschen von allem. Ähm Ponypolator Was denn Verdienen Nicht mal behaupten Das machen wir mal so Falls die Quelle das hier gibt Das wäre sehr schön Weil das hält sehr lange Weiß ich was Keinen Wester hier gehabt Gut Pony steht vor einer Oranansammlung Wenn es doch nicht verstreit ist Dann wäre sie doch nicht Dann machen wir auch Wir sind ja da Da Ein Löschlein das buddeln stört die wäschter nicht der fall wenn wir jetzt pflanzen abbauen würden das würden nicht gefallen ich auch noch gerne alles zum raumschiff da dran übertragen ich bin ein spaziergänger 25 kilo so zurückgelegt mal die beute anschauen ja das ist ordentlich also damit kommt man schon weichen aus am schiff holz antrieb brauchen wir jetzt nicht start schubliegen atrium braucht man nicht so guter weise ich aus buddeln gehen wollen dann muss man und mittels war doch der netz so ein bug, dass man da trotzdem ein Band hat, aber dann gucken ob er weiterhin existiert also erstmal hier nochmal alles fit machen hier würde ich mal noch angucken gehen jetzt sind wir erstmal hier ist das wort für daten gedacht hier durchgehen nein für den exoanzug hier also wenn man damit fliehen will ohne das treibstoff kurscht scheint eine geg gegkopf gegstätte fragungsschutz erholt bei mir von wann ich gehe mal mit quasseln oh alte markierung in einer frequenz die sich dem gräbt um nach hilfe bei der sprache mein wissen über die korvax konvergenz wächst du hast das wort für unterbrechung gelernt mein ansehen hat sich verbessert ja und der strahlungsschutz nimmt ab wir sind hin müssen wir hin ok opfer wow das will man dann auch mitnehmen und ähm diese datenstruktur will man aber das ist nicht verkehrt also das ist nicht verkehrt nicht verkehrt oder das ist nicht verkehrt aber das ist nicht verkehrt kennt hat kein interesse ok ok hat also ob er not und kennen los dann ist er friedlich kommen aus können wir machen nichts mehr sind brav und kennt aber mit dir ah scannen mich ruhig wieder wir machen nichts kaputt hier ich habe doch gesagt wir machen nichts kaputt wenn man auch wenn man wieder scannen halt gucken wir uns mal die weiteren absprung kapsel koordinaten der schnellstunde einmal verkaufen oder benutzen so wir müssen zurück zum schiff und hier oben war Kupfer gebrechen mal wieder warten bis er hochgeladen ist na hier hier aber ein paar Kupfer voran sammeln ach die darfst du nicht markieren so dann werden wir das mal auch noch wenn wir jetzt nicht so viel Zeit verbringen einfach nur richtig abtragen so war es immer gut wenn wir jetzt das ging äh ist denn da hier in der nähe in 70 u könnte man ja mitnehmen was willst du was gibt es denn wenn wir das abbauen leider gar nicht erst an ach gut die Kräne wenn ich da was abbauen will wenn ich da was abbauen will was auch immer das kennen tut also hallo ich bin es und schon alles klar bei dir da ist einfach so verschwunden also war ich doch das auch muss mal ein verklafenes Technologie-Modul ähm hier direkt hier vor mir ja tatsächlich da das war doch mal easy hier machen wir uns ein Papier bitte ähm atrium nitrat dabei ja ist nicht dabei werden wir doch einfach welches machen rio und und stoff 10 bohrmann so so ganz hoch und und ja können wir uns mal sagen so jetzt irgendwas an der grafik gemacht oh ein wärmeschutzmodul ist ja schön sehr schön ähm wo ist denn wo ist denn wo Toxine ist hier sonst noch irgendwas und erst mal nicht also auf zum Schiff das brauchen wir nämlich wir haben jetzt jetzt Herzens ah kl und perpend Gehen jetzt mal aufs Griffchen, kurz speichern, hier ist noch was in der Nähe, ja, so. Ähm. Ich muss noch mal Sauerstoff erahnen. Ich muss mir den Chip machen, das hat absolut keine Kapazität mehr. Sauerstoff wäre nicht schlecht. Hier muss in der Nähe irgendwas sein. Oh ja. Noch Platz. Wir haben noch ein bisschen Navigationsdaten los. Dann gucken wir uns mal an, ob wir hier nicht Sauerstoff davon erahnen könnten. Den Gefahrschutz haben. So, dann wäre das auch schon mal erledigt. Mit dem Sauerstoff in der Hand setzen. Für den Navigationsdaten. Falls hier nämlich noch drinnen ist. Was. Was anschauen. Das war's dann auch schon mit der Richtung noch. Sind Tiere in der Röde. Okay. Das kann ich auch schon ohne. Interessant. Gierchen in einer Höhle. Gierchen in einer Höhle. Wir sind erschöpft. Auf das Aufladen von Ausdauer. Aber hat. Oh. Wir müssen noch tatsächlich noch Glück haben. Und. Schätzchen finden. Guckt mal an. Noch einer Sinn. Bis wo das hier alles hinführt. Bis wo das hier alles hinführt. Ahaha. Schön. Echt nice. und dann packen wir die reparationsdaten weg das war mutig per madev modus ja aber nun wollen wir hier wieder aus gleich dann auch mal wo geht's schiffchen das schiff die lebenshaltung ein 50 sauerstoff nur noch schiff ist der richtung okay können noch mal sauerstoff man es das ist schön aufgebracht aber nichts kaputt gegangen trotzdem kurz warten So, noch mega gefährliche Pflanzen. Schiff ist in welcher Richtung ist das Schiff? Also, liebe Snowman's Guy, wie soll ich denn hier überhaupt irgendwas machen, rauskommen oder so'n Streit. Muss ich noch mal zum Schiff kommen. Oh ja! Trauerstoffreiche Pflanze. Ich würde dir behaupten, wir ernten jetzt die Pflanze und rufen uns dann ein Schiff. Da sind wir doch dort fertig. Silent Cape hier noch mal zu sehen. Oh, am Schiff rufen. Denner wird aufgeladen. Okay. Naja. Das ist nämlich wirklich was in der Nähe. So. Mal gucken. 364. 40 Uhr. Okay. Die Lebenshaltung. Die Lebenshaltung. Aufladen. Dann machen wir mal. Kann man abstellen? Wenn das nicht wieder zu raum war, ist oder nicht? Das ist eigentlich schon wieder abladen. Sprungkabste. Hätten wir hier noch. Wir müssen aber Platz machen. Können wir hier uns das Signal nicht anschauen geben. Dann verkaufen wir mal alles, was wir so verkaufen können. Mal ein bisschen Platz dann. Dann gehen wir uns zu den anderen Monolith oder das Signal. Anschauen. Wird mit mir. Da bin ich momentan nicht in Laune zu Tja, da habt ihr wohl Fisch gehabt Dann gehts mal hier hoch Oh, Gegenstände verkaufen Hier halte ich Die verkaufe ich Die Würfel auch Dann hätten wir noch ein bisschen Tetra-Kobat Dann müssen wir aufwandeln Oh F Da noch Baustoffvermaut 38 Gut aus Wir haben jetzt 5 freie Plätze Das ist vernünftig Können wir jetzt noch Planet umbenennen Manchmal verstehe ich das System hier Ja Planeten sind dann hier 4 Planeten So müsste dann der 4. sein So Jetzt Hier da Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Dann werde ich dann wieder auf dem Handelsposten verkaufen Und Dann werde ich es wieder einkaufen und wieder auf der Raumstation verkaufen Vielleicht haben wir dann mal genug Geld für uns ein neues Schiffchen Also Das gilt eigentlich Wohl jetzt Dann werden wir mal zu dem Signal fliegen Vielleicht mal überfliehen Ja da können wir ruhig hin Dann Echt schlechter Landepunkt Genau Gestoppt Die Card Und Reisenbeilestein Wattagland 20 Wattagland 20 Wattagland 20 Wattagland 20 Wattagland 20 Was das Korak Swat für unmöglich gelernt ruhig und fühle mich schwach als ergriff etwas meinen geist auf meine haut wachsen pusteln planen sich auf und platzen ich fühle zahllose nadelstüche durch jedes ich öffnen das plötzlich klettern metall spinnen vielleicht kleine wächter eine schulter hinauf und in mein visier kann das real sein das kann nicht real sein ich fange an zu schreien ruhig dann ist nicht ruhig dann ist nicht ruhig dann ist ruhig halluzination lässt nach ich habe eine art test bestanden eine belohnung materialisiert sich ein korvax geholfen das atlas wort für erwachen gelernt ok ich bin forschungsschwerb ich könnte jetzt mal gerade mit fotos modus im bildschirm machen mit ohne raumschiff ja nehm mal so sind wir in unser raumschiffchen start schubt die so fällen dann wenn man uns das signal anschauen ist ja hier sind ja elf minuten naja bitte bitte Wieder. Dann können wir das Signal nur mal kurz überfliegen. Dann gehen wir zurück zu dem Gebäude. Obwohl hier ist ein Landeplatz. Da könnten wir uns auch hinsetzen. So, dann werden wir das mal schnell schauen. So, call abgerufen. Wahrscheinlich 16, 16, 16. Oh, ein Bauplan für den Überantrieb. Das ist gut. Okay. Gut. Dann werden wir hier für heute Schluss machen. Ich bedanke mich für das Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rudolf. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.